Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student in unserem Deutschkurs A2.1 bis B1.2 zu unserem Hörverstehenstext zum Fasching oder zur Fasnacht oder zum Karneval. Zum Karneval hier wichtige Verbstrukturen zum Thema, die in diesem Text vorkommen. Nummer 1 bis Nummer 12. Schauen Sie sich bitte oder sehen Sie sich bitte diese Strukturen an. Versuchen Sie damit Sätze zu bilden. Ich werde weiter Ihnen Lösungsvorschläge anbieten. Im Moment bin ich in Karnevalstimmung wie im Text und Sie haben ja gehört, ich Idiot habe mich als Geheimagent vergleitet und bin bei Paula so gescheitert. Ja, jetzt mache ich was anderes. Also ich spiele den Clown. Ich habe mir die Maske hier zurecht gefertigt, weil ich muss sie nur anbringen. Dann setze ich mir so ein Liedchen auf. Und werde tanzen und feiern und mitsingen und so weiter. Vielleicht kann ich heute Abend die liebe, charmante, auch schöne Paula begeistern. Mal sehen. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen beim Erlernen der deutschen Sprache weiterhin viel Spaß und Erfolg. Tschüss, Tschüss, Tschau, Salut les Copains und so weiter.